Wadda ba du mal liebe Freunde Hab man jetzt die Begrüßung gehört? Ich glaube nicht Ja wadda ba du mal liebe Freunde Und willkommen zu einem neuen Let's Play Beziehungsweise einem neuen Spielen Spiel Und zwar Forward Assault Zum ersten Mal seit gefühlten 10 Jahren Und es hat sich wirklich komplett verändert Alles klar Oh Nice Ich glaube es ist irgendwie so ein bisschen laut Man kann immer noch nicht den Ton runterstellen Ähm ja Dann spielen wir mal eine Runde Team Deathmatch Nee no wait Wait please Scheiße Ja Es hat sich einfach komplett alles verändert Das wusste ich gar nicht Ist mir gerade mal so aufgefallen Und Dann spielen wir kurz eine kleine Runde Ich hab gerade Bock darauf Musst jetzt den Ton ausmachen Weil man das nicht einstellen kann Leider What What the fuck was that Okay Da vorne war jemand Ah Wo ist er Hey bleib stehen Ja Easy Okay Das Problem ist Das Problem ist What Okay Wir nehmen jetzt mal kurz die CX-70 Weil das meine absolute favorite weapon Und ja Sorry aber beim letzten Video war jetzt das so ein bisschen leise Das war nicht leise sondern schwer verständlich Das lag da Hä Ja Easy Das lag daran dass Ähm Crash Royale so laut war Und ich ja noch kein Mikrofon habe Weil mein altes ja kaputt gegangen ist Wow Loy Easy Ich bin der absolute Champ Oh der hat dann den Schalldämpfer dran Oh der hat den Schalldämpfer brauchen wir nicht Scheiße Okay wir nehmen jetzt hier mal die Sniper Ich hoffe ihr hört mich trotzdem gut Ah nein Ah okay ich kann ihn zum Glück wegschieben Okay Aufnahmeknopf Boah ja kein Mensch Ich muss kurz das Ähm HUD Ein bisschen verändern Weil mich das gerade total triggert So Bin ich customizing So kann ich schneller scopen Mal sehen ob die dann Da hinten Hallo Ja Easy Nice Alles scheiße Ohne Ton aufzunehmen Ich werde wahrscheinlich Musik vorzunehmen Oh What the fuck was that M98 Dammit Ich wollte kein Sniper Okay wir Nein Okay Okay Ähm Ja Lol Easy Wow Hallo Ich glaube der kommt jetzt hier so lange Ja No Ich glaube der kommt Ja Wir sind dort Ja Ja 밥 ır Bier Nein, er ist instant fake. Wat? Könnte mal bitte jemand neues joinen? Da. Ah, ist endlich ne vernünftige Waffe. Soll das beim Aufnehmen oder so immer lag, aber ich weiß auch nicht was anderes. Ist jemand? Okay. Der Knopf zum Schießen triggert mich gerade schon wieder. Meine Fresse. Ich werde heute von allem getriggert. Okay. Jetzt nochmal. Weiter gehts. Das bin ich. Maaan. Das ist doch komplett sch... Ich bin alleine. Oh ja, ernst. Ich gebe ihm mal kurz witz im Menü. Ähm. Play. Play ranked. Okay. Die CX-70 ist eigentlich so meine Lieblingswaffe, weil die etwas cool ist. Und relativ gezielt schießt. Tipp. Your crosshair hair turns red when aiming at an enemy. Nice. It's loading. 11%. Es lädt nicht mehr so schnell wie damals. Das ist irgendwie das erste, was mir gerade auffällt. Das ist irgendwie so schnell geladen. Jetzt lädt ich es übelst lange. Übelst lange. Also. In Anführungszeichen. Loading. Terrorists. Ich habe won the game. Das ist cool. Kann ich bitte hier joinen? Can I please join? Hallo? Ähm. Was machst du da gerade? Da ist doch einer, du vollidiot. Ja. Ja. Absolut. Kann ich bitte hier joinen? Change Crosshair. Was heißt das? Oh. Kann ich bitte joinen? Ja. Ich hoffe ihr verkackt. Dann kann ich mich gleich joinen. Okay. Ich warte kurz. Mach Stoffe kurz die Aufnahme. Dann sehen wir uns gleich. So. Match ist fertig. Your team has lost the round. Ich konnte nicht mehr spielen. Fuck you. Immerhin. Ich war einer. Ich bin vierter Platz. Top 4, ne? Null Kills. Okay. Mein Ping ist komplett am Arsch. Nice. Jetzt können wir uns endlich Sachen kaufen. Ah. That's cool. Okay. Wir holen uns kurz ne Pistole. Ne Desert Eagle. Hab ich die? Ne. Ich hab nicht die Pistole. Bombe. Hallo Leute. Ihr könnt laufen. Jesus Christ. Okay. Oh. Da unten war schon einer. What? Okay. Ich glaub ich muss so tippen. Danila hinter dir. Nein. Stirb nicht. Coole Waffe. Richtig. WTF? Okay. Is that Eagle? Nein. Okay. Ich kann mir nur rifle kaufen. M40. Nein. Ich bin so ein vollidiot. Egal. Ich kann dann da unten scopen. Nice. Ich bin sehr gut. Jetzt muss ich mit der hier. Nach vorne. Ich nehm mir ne. Wow. Okay. Hä? Ach der stand da oben. Wow. Ja. Nice. Drei kills. Alter. Der hat die AK47. Nice. Ähm. Ja. Einer lebt noch. Hab ich die auch. Okay. Ich war mir gerade nicht ganz sicher. Ob ich die auch noch fortgesetzt war. Hab. Ey Junge platzier doch einfach die Bombe. Du vollidiot. Ja. Danke. The bomb has been planted. C'mon. Ja. Easy. Was für ein hübscher Kampf. Rebar for winning 3 Tauben. Alter. Okay. Ich hab jetzt mal ne. Bessere. 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 Rifle. Ähm. Ne bessere. Bessere. Pistole. Aber das war eigentlich an sich sogar relativ früh. Das mit der AK. Okay. Hier hin. Sneaken. Fuck. Ja. Ja. Ich hab einen. Aber nice. Die Runde ist relativ groß. Ich rache kurz. Ah. Nice. Hä? Oh. Scheiße. Ich bin tot. Nein. Ich bin tot. Ähm. Ja, egal. Oh. Die Wachen sieht zu geil aus. Alter, sieht doch cool aus. Jetzt bin ich eigentlich gerade komplett ver... MAAAAMN! Bist du... Dein Kopflatt behändert? Okay.. Cool aus Gehen. Nice. M40 wieder, M40 Taktik, funktioniert super. Let's go, dammit, was, nein, ich bin so ein Vollidiot, lol, Lex, nein, oh, ich bin so ein Idiot, da kommt einer, da kommt einer, wow, fucking idiot, ähm, nein, ich hab, ähm, take nine, okay, ich geh da lang, weil mit der Waffe kann ich ja nicht auf Fernkampf gehen, deshalb camp ich hier, okay, hier geht gerade unten einer rein, Ah, easy, nice, noch ein Kill, da lief gerade noch einer, ich hab ihn genau gesehen, nice, Alter, die Waffe ist übelst gut, mal übelst schaden, ähm, da ist noch einer, Junge, wie, wie heftig ist sie denn, Alter, wie heftig diese Waffe ist, wie viele Kills habe ich, zehn Kills, diese Waffe ist so krass, ich nehme kurz hier so einen Helm, noch eine Granate, ähm, schmeiß ich da kurz die Granate runter, bumm, ja, ich hab sogar einen, Ah, damn it, okay, sobald ich, sobald es rot wird, schieße ich, ah, nice, scheiße, da oben ist, aber, wie machst du das, nein, oh god, lex, 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 scheiße, ich wollte eigentlich bunny hoppen, aber dann hat es gelegt, also einfach, was, äh, bitte stirb, please, I'll take place, please die, ah, da links, ist ja noch, oh, er konnte jetzt erst mal die Waffe, da links ist ja, wer ist da links, 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 oh god, ähm, jetzt nehme ich mir hier nochmal die M40, okay, da brauche ich nur nach links gehen, das ist gut, okay, okay, nein, er kommt, ah, stirb, meine Fresse, die ist cool, die Waffe, boom, ich schieße, ich laufe nach links, fuck, wow, wir sterben einfach direkt alle, okay, aber die ist eigentlich gar nicht so scheiße, die Waffe, wenn dann irgendein Vollidiot vor dich läuft, okay, die gehen alle nach links, wo ich mir jetzt meine Tech-9, dann rocken wir das Ding hier, wenn wir alles niederschießen, was sich irgendwie bewegt, ich weiß, dass sie von hier kommen, hallo, ich hab dich genau gesehen, nein, scheiße, oh, falscher Knopf, wo bist du, nein, dammit, ja, ich wollte den Screen-Recorder mal so ausprobieren, weil sonst nehme ich ja immer mit AC-Screen-Recorder auf, aber jetzt wollte ich mal den Du-Screen-Recorder probieren und werde das wahrscheinlich das Video noch ein bisschen bearbeiten und so, weil man das damit auch kann, ich hoffe zumindest, dass ich das mache und ja, deshalb wird das Video wahrscheinlich ein bisschen später rauskommen, als ich es aufgenommen habe. Mh, run, run, oh, okay, Sniper. Go a side- What the fuck was that? Okay, er hat immerhin ein paar Leute getötet. Warum waren wir jetzt auf einmal SWAT? Lauf. Hä? Oh Mann. Da kommt einer von hinten, da geht die beiden. Da ist einer. Guck mal, was ich für Noobs im Team habe. Terroristen haben gewonnen. Terroristen haben geplant. Liga, was? Ähm. Run. Was macht der Typ da? Nein, ich bin so ein... Hä? Nein. Boah, scheiße, nein. Instant death. Wie ich einfach manchmal brauche ich jetzt rücken. Was hat der von der Waffe aus? Wie lang geht's denn so eine Ranked-Runde? Alles klar. Hier ist scheinbar auch ein Deutscher. Ich schreibe mal kurz in den Chat. Chat. Deutsch. Scheiße. Fragezeichen. Rifles. Wieder die M40. Pistole. Ja, hab ich. Ähm. Ja, we can do it. Hä? Nee. Nee. So, Leute. Wenn es euch gefallen hat, geht mir doch nach oben da. Ah, mein Auge. Irgendwas ist in meinem Auge. Ah. Ah. Ja, dann schreibt mir einfach einen Kommentar, ähm, wertet das Video, ich würde mich mega drüber freuen. Und, ja, dann sag ich auch schon, ciao, ciao. Und, nice, ich kann mir die kaufen. Wait. Customize. Equip. Nice. Ja, wenn es euch gefallen hat, geht mir einen Daumen nach oben da, bleibt das Video, schreibt mir einen Kommentar, abonniert den Kanal und dann sag ich auch schon, ciao, ciao und bis bald.